Kann man zehn Jahre rund um ein Städtebauprojekt herumstreiten, ohne dass am Ende was Vernünftiges herauskommt? Ja, es geht. Das Projekt am Wiener Heumarkt zeigt uns das. Und da gibt es jetzt eine neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 25.05.2023. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Nieduber von der Umwelt- und Energierichtskanzlei Nieduber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg. Und die Geschichte rund um dieses Projekt, da geht es immer noch um das Gleiche. Das alte Interkontinentalhotel soll weg. Stattdessen soll ein Wohndurm hin, ein Hotel hin, Büroräume hin. Der Eislaufplatz soll sozusagen verlegt werden und das Ganze soll eben neu gestaltet werden. Und seit Jahren wird jetzt gestritten, ist das Ding UVP-pflichtig, ja oder nein? Und die einen sagen, das ist viel zu klein, keine UVP-Pflicht. Und die anderen sagen, ja, es ist vielleicht klein, aber es hat Auswirkungen auf die Wiener Innenstadt. Und die zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und die Story schaut so aus. 2012 hat man da schon mit den Planungen begonnen. Und dann war das hinreichend konkretisiert. Dann hat man mal einen UVP-Feststellungsantrag gestellt. Die Wiener Landesregierung sagt, das ist unter den UVP-Mengenschwellen, ist nicht UVP-pflichtig. Das Bundesverwaltungsgerichtshof hat gesagt, ich sehe das anders. Das hat eben Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe. Und der Verwaltungsgerichtshof hat das Ganze wieder aufgehoben, weil dem BVWG hier ein Formalfehler unterlaufen ist. So weit, so gut. Parallel zu dem Ganzen ist schon der Bauantrag, also der baurechtliche Genehmigungsantrag gestellt worden. 2018. Die Baubehörde hat einmal drei Jahre nicht entschieden. Dann hat der Projektwerber gesagt, dann bringe ich eine Säumnisbeschwerde ein. Und damit ist das Ganze zum Verwaltungsgericht Wien jetzt gewandert. Und welche Überraschung? Das Verwaltungsgericht Wiener hat gesagt, jetzt ist immer noch nicht entschieden, ob das Ding UVP-pflichtig ist oder nicht. Ich lege diese Frage dem EuGH vor. So, und jetzt haben wir die EuGH-Entscheidung. Und was sagt er? Er sagt, nur nach Größenkriterien kann man das Ding nicht beurteilen. 15 Hektar, 150.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Das ist ja ganz nett. Aber ich muss die Sensibilität des Standortes betrachten. Und da zählt eben das UNESCO-Weltkulturerbe auch dazu. Das war die eine Geschichte. Die zweite war, dass im Bauverfahren die Öffentlichkeit nicht beteiligt ist. Es ist egal, solange die Öffentlichkeit hinten nach zu dieser Entscheidung eine Überprüfungsmöglichkeit, ein Beschwerderecht hat. Und jedenfalls darf das Verwaltungsgericht nicht vorher eine Baugenehmigung erteilen. Es ist jedenfalls vorher ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren durchzuführen. Wie das jetzt genau geht, wissen wir nicht. Im UVP-Gesetz hat man das mit der Novelle 23 schon ein bisschen antizipiert. Aber eigentlich müsste das Verwaltungsgericht meiner Meinung nach in direkter Anwendung der UVP-Richtlinie vorgehen.